In der Coaching-Ausbildung habe ich vor allem meinen Selbstwert von hier auf hier katapultiert. Weil ich komme spürtisch aus Polen und ich habe diese Überzeugungen in mir gehabt, ich bin nicht gut genug, meine Sprache ist nicht so gut genug und ich kriege das nicht hin und so weiter. Ich muss mich mehr anstrengen. Und vor allem den Glaubenssatz, Frauen gehören in die Küche, wenn die im Wohnzimmer sind, das heißt, die Kette ist zu lang. Und wenn du so einen Glaubenssatz in dich gehst, das ist ja logisch, dass du nicht erfolgreich sein kannst, nicht an sich glauben. Und durch Coaching-Ausbildung durfte ich unglaublich viele Glaubenssätze verändern. Und das war, ich sage eins, Coaching-Ausbildung sollen nicht nur Menschen machen, die als Coach starten wollen, sondern jede, egal ob du Mama bist oder Papa bist oder Kinder willst oder nicht, es muss jeder, das sollte ein Pflichtprogramm für jeder sein. Weil mit der Ausbildung hast du die Möglichkeit, sich umzuprogrammieren. Jeglichen Glaubenssatz kannst du innerhalb ein paar Minuten neu integrieren. Meine Herausforderung, bevor ich deinen kennengelernt habe, Ich glaube, die kennen sehr viele Mamas, und zwar als dreifache Mama. Ich habe sehr viele Sachen für meine Kinder gemacht, für meinen Mann. Und ehrlich gesagt, ich habe mich immer wieder vergessen. Und sehr oft hatte ich in der Vergangenheit nach Lob und Anerkennung gestreut. Und sehr oft war ich immer sehr glücklich, wenn jemand etwas Nettes über mich gesagt hat. Da hat mein inneres Kind sich wirklich gefreut. Aber sobald jemand etwas gesagt hat, zum Beispiel, Oh, Brigitta, das passt mich nicht. Oh, das war nicht gut für mein inneres Kind. Da habe ich sehr oft geweint. Plötzlich innerhalb kurzer Zeit, mein Sohn war schwer krank. Mein Mann hatte Herzrhythmusstörungen. Und ich hatte kurz nach der Entbindung Rheuma bekommen. Und das war für mich so ein Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, Scheiße, jetzt reicht. Jetzt muss sich etwas verändern. Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht. Und wer springt da aus dem Internet, auf dem Facebook? Selbstverständlich Damian. Damian Richter. Zuerst dachte ich, oh mein Gott, wer ist denn da, Mann? Und damals hat er angeboten, Level-Up-Your-Life-Ticket in Blaubeuren für 99 Euro. Und ich war voll entsetzt. Ich sagte, 99 Euro, das geht ja doch gar nicht. Mein Selbstwert war so niedrig, dass ich mir nicht vorstellen konnte, für 99 Euro ein Ticket zu kaufen, in mich zu investieren. Da habe ich gesagt, nein, das geht ja gar nicht. Und dann plötzlich, eine Woche danach, ich glaube, das hat Damian irgendwie mitbekommen, sagte, ich habe jetzt ein Ticket, weil ich ein, ich glaube, das war sein Geburtstag oder irgendeinem, er sagte, ein Angebot, eine Aktion für 49. Und dann dachte ich, okay, mit 49 geht das. Dann habe ich dann den 49-Ticket, sagen wir so, in mich investiert. Und bin ich nach Blaubeuren gefahren, zum Level-Up-Your-Life. Ja, und das war der Weg. Das war genau 2018 im April, genau vor fünf Jahren. Seit fünf Jahren begleitet mich Damian an meiner Seite. Und das ist wirklich unbezahlbar, was sich seitdem in meinem Leben verändert hat. Das Tolle ist, egal welche Herausforderung oder vielleicht eine Frage ich habe. Ich weiß, ich kann immer ihm fragen und bekomme ich immer eine Antwort. Und er hat diesen Raum erschaffen, allein mit diesem Zoom-Calls, dass ich in meinem, zum Beispiel als Business, in meinem Business ja auch Fragen beantwortet bekomme. Und es gibt keine Frage, die einfach unbeantwortet bleibt. Welche Bedeutung hat Coaching in meinem Leben? Das ist unbezahlbar. Wie erwähnt, ich bin eine dreifache Mama und bin seit 22 Jahren verheiratet. Wir sind mit der ganzen Familie vom Raum Stuttgart in der Nähe von Gifhorn umgezogen. Dank Marketing durfte ich meine Familie dafür, sagen wir so, begeistert umzuziehen. Und seitdem hat sich die Beziehungen zwischen meinem Mann auf nächstem Level, Katuputl, und auch die Beziehungen mit mir und den Kindern und zwischen den Kindern. Wenn ich sehe, wie meine Kinder miteinander schwätzen, ich sage schwätzen, weil ich komme auf das Schwabenland, habe ich da ein bisschen gewohnt, miteinander sprechen, wie liebevoll, das ist wirklich unbezahlbar. Wie sogar vor kurzem hat eine Lehrerin gesagt, von meinem Jüngsten, sagte, wenn mein Jüngster in der Schule ist, in der Klasse, da gibt es keine Konflikte, sondern ganz im Gegenteil, wenn irgendein Konflikt ist, der hat immer einen guten Satz, wie man die Konflikte zwischen den Kindern lösen kann. Und dann dachte ich, wow, das ist wirklich unbezahlbar, dass auch meine Kinder, obwohl sie zwar kein Coaching machen, aber dadurch, dass ich, sagen wir so, drin sitze und ich projektiere das auf meine Kinder und die machen das weiter. Das heißt, deren Umfeld hat auch unglaubliches Mehrwert davon, weil nur eine Person hat sich verändert und da nehmen wir unglaublich viele Menschen gleich mit. Das, was Damian in meinem Leben verändert hat, das ist in Worte nicht zu fassen. Das war von, sagen wir so, ich war damals, sagen wir so, auf dem Niveau 2, 3, jetzt bin ich auf 100, wirklich 100. Und 100 ist das oberste Niveau. Und das ist wirklich so. Stell dir vor, wir als Familie, wir haben so eine tolle Kommunikation inzwischen, das gibt es nicht mal den Wert zu nörgeln und zu meckern und so weiter. Und wo kommt das her? Vom Damian Richter. Der hat mir beigebracht, wie ich mit meiner Familie, mit meinem Mann am besten kommunizieren kann. Damals gab es immer wieder Verwurfe, ey, du hast das, du hast das, du hast das. Vielleicht eine oder andere kennt das. Und inzwischen gibt es sowas nicht. Und auch von der Seite meines Mannes, da gibt es ja auch, Brigitte, du hast das, sondern es gibt keine andere Kommunikation. Und jedes Mal, wenn ich nicht weiß, was ich mache, dann stelle ich mir vor, was hätte der Damian gesagt oder was hätte Damian getan? Und da kommt sofort eine Lösung. Und das Geile ist, ich darf und ich kann sein, so wie ich bin. Mit meiner lauten Stimme, mit meiner Maka, wie ich spreche manchmal, mit meinem Akzent. Und das ist wirklich sehr unbezahlbar, dass ich jetzt aktuell so ein Umfeld habe, das mich akzeptiert, so wie ich bin. Und vor allem, die lieben mich, so wie ich bin. Und ich liebe die. Vor einigen Zeiten habe ich als Diplom-Ingenieur gekundigt, weil ich sagte, das ist, was ich gemacht habe, war zwar nicht schlecht, allerdings, das Coached-Sein hat mich unglaublich erfüllt. Und dann habe ich seitdem unglaublich viele Frauen begleiten durften. Und diese Frauen, die Erfolge von den Frauen, die waren wirklich unbezahlbar. Als mir eine vierfache Mama nach ein paar Monaten gesagt hat, Brigitta, ohne dich hätte ich meinen Mann schon längst verlassen, dann dachte ich, ach du, das ist wirklich unbezahlbar. Und zwar damals als Diplom-Ingenieur, mein Selbstwert war so niedrig, dass ich als halbstags knapp 1.000 Euro netto bekommen hatte. Dann sagst du so, scheiße, wirklich so wenig? Ja, ganz genau. Und nachdem ich die Coaching-Ausbildung gemacht habe, mich selbstständig gemacht habe, dann konnte ich plötzlich innerhalb kürzester Zeit, innerhalb knapp 2 Jahren, 200.000 Euro schon Cashflow. Das heißt, dieses Geld ist schon auf mein Konto geflossen. Knapp 200.000 Euro. Weißt du was? Da habe ich gesagt, das ist fast unmöglich. Damals knapp 1.000 Euro im Monat. Jetzt 200.000 Euro innerhalb 2 Jahre. Das ist schon geil, oder? Ich habe eine Message an dir. Glaub an dir. Wenn du irgendetwas erreichen willst, wenn dein Herz sagt, hey, das will ich, hör bitte dein Herz. Es wird nicht immer leicht sein. Dein Universum wird dich immer prüfen, ob du das wirklich willst. Und dann wirst du versuchen, irgendwelche Geschichten zu erzählen. Ich sage dir, lass das, lass das. Hör bitte auf dein Herz. Dieses erste Impuls, das ist das Einscheiden. Und dann zieh einfach durch. Geh die Umsetzung. Und wenn du nicht weißt wie, such eine Lösung, wie du das hinbekommst. Und es lohnt sich. Wirklich, es lohnt sich. Und es lohnt sich. Untertitelung des ZDF, 2020